So Leute, im heutigen Video habe ich ein paar Wahnsinnssachen mitgebracht, die ich euch unbedingt zeigen muss, denn für alle, die glauben, dass wir ewig weiter nach oben gehen werden, also ohne Rücksetzer meine ich natürlich, da habe ich ein paar Neuigkeiten mitgebracht. Außerdem, alle, die an der Seitenlinie darauf warten, dass wir einen Dip bekommen und warten und warten und warten und jetzt Angst haben oder sich schwarz ärgern, weil sie nicht schon früher Bitcoin billiger gekauft haben, auch für euch, keine Angst, habe ich ein paar wichtige Sachen mitgebracht. Aus diesem Grund, falls ihr auch nur irgendetwas mit Kryptowährung zu tun habt, dann kann ich euch nur den Tipp geben, schaut euch das Video wirklich vom Anfang bis zum Ende an, wir haben wirklich unfassbar wichtige Sachen zu besprechen und damit willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Kryptovideos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns direkt mal mit Bitcoin starten. Bitcoin sieht einfach immer noch mega, mega bullish aus. Wir haben hier eine Trendlinie, dass wir nicht nur higher lows machen, sondern auch, wenn man sich die Körper der Kerze anschaut, da haben wir einen Trend, dass wir higher highs machen. So, das an und für sich, das macht natürlich schon mal eine gewisse Wedge-Formation und die brechen normalerweise nach unten aus, also ein Rising Wedge bricht normalerweise nach unten aus, aber Bitcoin ist einfach so bullish. Bitcoin hat so einen bullischen Schwung, so ein bullisches Momentum, seitdem wir über den 100er und den 200er Wochen Moving Average geschlossen haben, über den meisten der großen Widerstände, also vor ein paar Tagen und vor einer Woche, seitdem läuft einfach alles unfassbar verrückt für Bitcoin. Das wisst ihr natürlich alles, wenn ihr meine Videos gesehen habt, aber jetzt gibt es eine Sache am Horizont, die ihr euch eventuell die Möglichkeit geben könnt, könnte Bitcoin zu einem ziemlich großen Discount zu kaufen. Werden wir uns gleich darüber unterhalten, doch vorher will ich euch natürlich noch Ethereum zeigen. Schaut mal, Ethereum hat es tatsächlich geschafft, seinen Führer Swing High rauszunehmen, also das ist auch auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Ethereum versucht durchzubrechen und das wird wahrscheinlich gut für Altcoins sein. Altcoins werden jetzt mit Sicherheit in der Zukunft noch einen schönen Pump haben, aber für Ethereum ist auf jeden Fall das nächste Widerstandslevel bei 1883. Ethereum sieht also richtig gut aus, Bitcoin sieht richtig gut aus und ja, klar, was die Wahrscheinlichkeiten angeht bei einem Rising Wedge, da sehen wir normalerweise einen Breakout nach unten. Aber, aber und das ist eben das ganz große Aber, wir kommen aus so einem massiven Pump, das bedeutet die Konsolidierung nach einem großen Pump, führt normalerweise auch nach einem weiteren Pump nach oben. Also, wir haben definitiv einige wichtige Sachen, die wir hier im Auge behalten müssen, was die technischen Daten für Bitcoin angeht. So, und jetzt lasst uns mal hierüber sprechen, denn in den letzten 24 Stunden wurden 132 Millionen Dollar liquidiert und 72% dieser Liquidation waren tatsächlich Shorts. Die Leute, die Bitcoin geschortet haben, sind absolut vernichtet worden. Ich meine, wen wundert es bei so einem schönen Pump? Und warum haben wir überhaupt dieses Bullshit Momentum? Naja, das Momentum, das wir momentan für Bitcoin sehen, ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir bei den traditionellen Märkten sehen. Bei den traditionellen Märkten auf dem Weekly Chart haben wir einen massiven Drop gehabt und gestern, gestern hatten wir auch einen richtig, richtig großen Drop. Schaut mal, beim Futures Markt, wir haben zwei oder wir haben jetzt gerade zwei fette rote Tage für die traditionellen Märkte gehabt und ihr wisst, diese rote Linie ist extrem wichtig. Was mich wieder dazu führt, warum man eventuell bei Bitcoin einen kleinen Pullback kommen könnte, weil klar, Bitcoin läuft momentan gegen jeden Trend oder gegen den Trend bei den traditionellen Märkten. Sagen wir so, Bitcoin und Gold gehen nach oben, während die anderen Märkte nach unten gehen und wenn man sich mal den Wochenchart anschaut, kann man auch sehen, wir nähern uns dieser roten Linie. Wir sind jetzt schon durch, nee, sorry, wir nähern uns der orangenen Linie, wir sind jetzt durch die rote Linie durchgebrochen. Ich hätte es gerne gesehen, dass die rote Linie gehalten hätte. Das wäre schön gewesen, das war nämlich ein wichtiges Level. Nachdem wir nämlich die Konsolidierung gehabt hatten, war das der Punkt, wo wir richtig schöne Pumps gehabt haben. Jetzt, wo wir einmal durchgebrochen sind, ist wirklich dieses 4152 Dollar Level und auch das hat eine signifikante Bedeutung für die traditionellen Märkte. Denn als wir einmal diesen Drop gehabt haben, sind wir da unterstützt worden, hatten dann einen richtig schönen Bounce und sobald wir einmal darunter gebrochen sind, kann man sehen, ganz, ganz starker Drop gehabt. Und wir hatten Schwierigkeiten, wieder darüber zu kommen. Deshalb, also es gilt schon mal, dass wir durch die rote Linie gebrochen sind, ist kein gutes Zeichen. Und wenn wir durch dieses Konsolidierungslevel bei der orangenen Linie gehen, dann ist das definitiv keine gute Sache für die traditionellen Märkte. Also, ja, Bitcoin geht immer noch nach oben, obwohl die traditionellen Märkte nach unten gehen. Aber die Frage ist nur, wie lange kann Bitcoin eine anhaltende Rallye haben, während die traditionellen Märkte nach unten gehen? Schaut euch mal den Nasdaq an. Gestern und heute war der Nasdaq in einem freien Fall und schaut euch mal Bitcoin im Vergleich zum S&P 500 an. Hier haben wir eine massive Trendlinie, die wir durchbrochen haben. Schaut mal, wir befinden uns momentan dabei, da durchzubrechen. Das bedeutet, Bitcoin outperformt die traditionellen Märkte um Längen. Und normalerweise korrelieren die ganz gut. Das bedeutet, eventuell sind wir wirklich entkoppelt. Das bedeutet, Bitcoin kann nach oben gehen, während die traditionellen Märkte nach unten gehen. Aber, um ehrlich zu sein, werden wir wahrscheinlich auch bei Bitcoin in der Zukunft einen Pullback sehen. Ob das jetzt sein wird, ob das in der Woche sein wird, ob das bei 55.000 Dollar sein wird, 45.000 Dollar oder vielleicht auch jetzt. Keine Ahnung, das wissen wir natürlich nicht. Aber, je länger wir bei den traditionellen Märkten nach unten gehen, umso wahrscheinlicher sieht es natürlich auch nach einem Pullback bei Bitcoin aus. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir lange nach unten gehen müssen für Bitcoin. Tatsächlich, wie ich euch ja auch letztens schon gezeigt habe. Wenn man sich einfach mal die verrücktesten Pumps oder die verrücktesten Runs, die wir für Bitcoin gehabt haben, anschauen. Wie 2021. Moment. Und, genau, hier an dieser Stelle. Also, jeder dieser einzelnen Pullbacks, die wir gehabt haben, waren 10, 15, 30 Prozent auf dem Weg zu 65.000 Dollar. Also, hier zum Beispiel 30 Prozent. Hier haben wir 30 Prozent. Also, nur weil wir einen Pullback bekommen, bedeutet das natürlich nicht, dass wir nicht weiter nach oben gehen können, sondern einfach nur, dass wir Bitcoin zu einem niedrigeren Preis kaufen können. Also, mega gute Sache. Und, für alle, die sich fragen, warum der ETF so eine ganz wichtige Sache ist, will ich euch das mal zeigen. Das hier. Das ist mit Gold passiert, bevor wir einen ETF gehabt haben. Schaut mal. Bevor wir den ETF gehabt haben, sind wir nach oben gegangen. Und dann beim ETF, also als er genehmigt wurde, sind wir erstmal nach unten gegangen, weil die Leute natürlich Profite genommen haben, die darauf spekuliert haben, dass wir einen genehmigt bekommen. Und dann ist der eigentliche Effekt in Kraft getreten. Genau das erwarte ich auch für Bitcoin. Ich erwarte, dass Bitcoin, sobald der ETF genehmigt wird, dass wir erstmal einen Pullback bekommen, weil die Leute Profite mitnehmen. Dann allerdings, im Laufe der Zeit, wird Bitcoin natürlich weiter nach oben gehen. Es werden unfassbare Geldzuflüsse in Bitcoin fließen, eben aus den Institutionen. Und genau deshalb will jeder momentan Bitcoin kaufen und sollte auch jeder Bitcoin kaufen. Nichtsdestotrotz, es wird immer wieder Pullbacks geben. Und das wird euch die Möglichkeit geben, Bitcoin zu einem schönen Einstiegspreis zu kaufen. Wichtig ist allerdings, dass ihr eine Strategie braucht, wenn es zu dem Pullback kommt, dass ihr nicht da steht und denkt, okay, Pullback, was mache ich jetzt? Und genau deshalb habe ich euch gestern gezeigt, wie meine Strategie ausgeht. Viele Leute wollten nochmal sehen, wie ich das exakt mache. Und ich habe gute Neuigkeiten für euch. Ich werde meine Strategie nochmal ganz neu auflegen. Und dann werde ich euch von Anfang bis zum Ende erklären, wie ich das mache. Wie gesagt, ich zeige euch ja sowieso immer alles auf diesem Kanal, deshalb will ich das machen. In den nächsten zwei bis drei Tagen könnt ihr also zwei richtig schöne Videos erwarten, wo ich meine komplette Strategie zeige. Von Anfang bis zum Ende. Und einfach alles, was ihr wissen müsst. Ich meine, klar, ich benutze ja meine Trading Bots, die unfassbar schöne Gewinne gemacht haben. Hier, schaut mal. Bei dem einen fast 83 Prozent, dann 50 Prozent. Also mega, mega gut. Und für jeden, der die auch benutzt hat, ihr habt auch mega schöne Gewinne gemacht. Also herzlichen Glückwunsch an alle. Und ich werde jetzt noch ein weiteres Instrument zu dieser Strategie hinzufügen, die die komplett machen wird. Das bedeutet, ich werde dann nicht einfach nur noch den Dip mit meinen Trading Bots kaufen, sondern eben auch noch mit Optionen. Aber keine Angst, in den nächsten zwei bis drei Tagen werde ich das Video bringen, wo ich das ganz genau zeige. Deshalb abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr das auf gar keinen Fall verpassen möchtet. Ich sage es euch, das wollt ihr auf gar keinen Fall verpassen. Das ist eine meiner wichtigsten Strategien und seitdem wir die benutzen, haben wir mehrere Bots gehabt. Viele Bots, die über 100 Prozent gemacht haben, über 80 Prozent gemacht haben. Und deshalb, falls ihr diese Bots selber benutzen möchtet, geht unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch einen OKX-Account machen. Da könnt ihr sogar noch einmal bis zu 60.000 Dollar ein Tradingboni bekommen. Und wenn ihr euch angemeldet habt, dann könnt ihr unten in der Videobeschreibung mit einem One-Click-Setup jeden einzelnen meiner Bots benutzen. Ja, im Großen und Ganzen war es das dann auch schon für das heutige Video. So wie immer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid und wir sehen uns dann im nächsten Video.